Wir haben hier folgendes Problem gegeben aus dem Kapitel 5 von dem Katz, Dreichel und Townsend, Chemische und Chemische Reaktionen Buch. Und ich habe auch die Erlaubnis von den Autoren. Sie sagen uns, das Ethanol C2H5OH siedet bei 78,29 Grad Celsius. Wie viel Energie in Joule brauchen wir, um die Temperatur von einem Kilogramm, ein Kilogramm Ethanol von 20 Grad bis zum Siedepunkt zu erhöhen und dann die Flüssigkeit in einen Dampf zu verwandeln bei dieser Temperatur. Also wie viel Energie in Joule brauchen wir von 20 bis 78,29 Grad Celsius, das ist der erste Teil. Und wenn wir dann diese Temperatur haben, flüssigen Ethanol, dann brauchen wir noch die Energie, die wir brauchen, um den ganzen Alkohol noch verdampfen zu lassen. Also wir wollen also erstmal die Temperatur vom flüssigen Alkohol erhöhen. Schauen wir erstmal, wie viel Energie wir hierfür brauchen, wenn wir die Temperatur des flüssigen Alkohols erhöhen. Und um wie viel Grad erhöhen wir die Temperatur? Von 20 Grad Celsius bis auf 78,29 Grad Celsius. Und also 20 Grad Celsius bis 78,29 Grad Celsius. Und wie viel ist das? Also 78,29 minus 20 und die Änderung der Temperatur, also ist Delta T, ist gleich 58,29 Grad. Und wir können hier mal Celsius schreiben, wir können natürlich auch Kelvin schreiben. Also wären auch 58,29 Grad Kelvin. Warum können wir das machen? Weil die Unterschiede auf der Celsius und auf der Kelvin-Skala die gleichen sind. Und die Kelvin-Skala ist ja einfach nur eine verschobene Version von der Celsius-Skala. Und der Unterschied ist aber einfach immer genau ein und das gleiche. Und also 78 minus 20 gibt 58. Und jetzt rechnen wir mal aus, wie viel Energie wir brauchen, um diese Temperaturänderung herbeizuführen. Wir haben also 58,29 Grad Celsius oder Kelvin. Und weil unsere Einheiten da unten sind nämlich auch in Kelvin letztendlich. Also wir nehmen Kelvin. Es ist völlig egal, warum ich es mache, ob ich Celsius in Kelvin umwandle oder umgekehrt. Und die Unterschiede sind einfach genau die gleichen. Also das ist auf jeden Fall unser Unterschied in Temperatur. Und wie viel Ethanol wollen wir also versuchen zu kochen? Das sagen die uns hier oben. Und zwar ist es genau ein Kilogramm Ethanol. Genau ein Kilogramm Ethanol haben wir also. Und rechnen wir das mal in Gramm um. Ein Kilogramm ist das gleiche wie 1000 Gramm. Ich zeichne es mal hier oben auf. Ein Kilogramm. Ein Kilogramm kann man auch als 1000 Gramm pro ein Kilogramm. Also da kürzt sich die Kilogramm raus. Und 1000 Gramm ist ein Kilogramm. Und wir haben ja drei, drei gültige Ziffern. Also sind wir hier drei. Wir haben also 1000 Gramm. Und das Ganze multiplizieren wir mit der spezifischen Hitze von Ethanol. Die ist nämlich 2,44 Joule pro Gramm Kelvin mal 2,44 Joule pro Gramm Kelvin. Und jetzt sehen wir ja, dass das mit den Einheiten ganz gut hinhaut. Und die Gramm und die Gramm kürzen sich raus. Und das Ganze ist auch sinnvoll. Die spezifische Hitze ist die Energie, die wir pro Gramm pro Kelvin letztendlich brauchen in Joule. Und wir multiplizieren also das Ganze und die Einheiten, die kürzen sich dann gegenseitig raus. Also Gramm und Gramm kürzen sich raus. Kelvin und Kelvin kürzen sich raus. Dann bleiben Schulen übrig. Jetzt hole ich meinen Taschenrechner raus. Wir haben also 58,29 mal 1000 mal 1000, 123, 1000 mal 2,44. Das ergibt, wir haben hier drei gültige Ziffern. Also sind es 142.227,6 Kelvin. Also wir haben 142.000 Joule haben wir. Das hier ist die Menge an Energie, die unser Ethanol aufnimmt, wenn wir von 20 Grad bis 78,29 gehen. Und also man könnte auch sagen, von 293 Grad Kelvin zu was auch immer eben 58 Grad mehr davon ist. Okay, der nächste Schritt ist, jetzt haben wir einfach diesen heißen Alkohol hier. Und jetzt wollen wir den ganzen noch verdampfen lassen. Und jetzt müssen wir eben noch weitere, weitere Hitze hinzuführen. Und das ist diese Verdampfungshitze. Und man nennt sie auch Entalpie. Und die Einheit ist angegeben, das sind nämlich 855 Joule pro Gramm. Das ist also, wie viel Energie du brauchst, um eine bestimmte Menge von Ethanol in Gramm eben verdampfen zu lassen. Und zwar unter der Voraussetzung, dass es bereits am Siedepunkt eben angekommen ist. Und das ist dann eben die Energie, die du noch zusätzlich brauchst, um den Ethanol verdampfen zu lassen. Wir wissen ja, wir haben 1000 Gramm mal 1000 Gramm. Und die Graben kürzen sich wieder raus, also 955 mal 1000 gibt 855.000 Joule. Und jetzt siehst du, dass du viel, viel mehr Energie noch brauchst, um den Ethanol verdampfen zu lassen, als ihn vorher von 20 Grad auf 78 Grad zu bringen. Und du brauchst also mehr Energie, um ihn von der Flüssigen in die Dampfförmige Form zu bringen, als ihn zu erhitzen. Wir können das jetzt mal hier addieren, 855 plus 140, das machen wir jetzt im Kopf, das sind 900.000, 50 und 40 ist 90, 5 und 2 gibt 7. Also haben wir am Ende 997.000 Joule oder ungefähr 997 Kilojoule oder eben beinahe 1 Megajoule. Und in diesen Einheiten, das ist auf jeden Fall die Energie, die wir brauchen, um unseren Ethanol verdampfen zu lassen.